Hey, Chiara! Hey, Anja! Hast du Zeit für ein paar Fragen? Ja, sicher. Seit wann spielst du eigentlich Uni-Hockey? Schon seit zwölf Jahren. Und warum hast du damit angefangen? Durch eine Kollegin und weil es mir sehr viel Spass gemacht hat. Was gefällt dir am Uni-Hockey am besten? Der Teamzusammenhalt. Aber auch das Matchchen. Okay. Welches ist dein schönstes Uni-Hockey-Moment? Das war, als ich vor drei Jahren Trainer war. Und wir haben in der Zentralschützenmeisterschaft den zweiten Platz erreicht. Okay. Hast du einen Lieblings-Matsch? Ja, das war das Köp-Spiel mit einer Dame, Kleinfeld aber noch, wo wir sehr gut gespielt haben und ich auch ein paar Goals gemacht habe. Ah, schön. Gratulieren. Warum sollte man sein Uni-Hockey-Zubehör im Uni-Hockey-Center kaufen? Weil es eine sehr grosse Auswahl hat, plus alle kompetente Mitarbeiter. Hast du momentan ein Lieblings-Produkt hier im Laden? Das habe ich ja. Das ist mein Stock, wo ich mich sehr viel lieb drauf habe. Ja, zeig mal. Sicher. Das wäre der Zone Pro-Light. Okay, ja, nicht schlecht. Ja. Du hast dein Interview hinter dir. Danke dir vielmals. Super, danke dir. iniz ? Das wäre der Zone Pro-Light. 入elt.